Jo Leute, willkommen zurück zu Xenoblade, Folge 3. Ich bin gerade ins Alphedoteil gekommen. Wir haben in der letzten Folge ganz viele Shinies gesammelt und sind höchstens dreimal gestorben. Also eigentlich eine chillige Folge und jetzt geht es weiter, die hier dem Strahl folgen. Nein, keine Zeit. Gar keine Zeit. Muss los. Da vorne ist ein Container, den will ich haben. Ey, ich will den Container aufhaben. Nein, ich will nicht kämpfen. Geht weg. Danke. Geld? Geld? Nophorn Silbermünze. Entschuldigung. Oh oh. Komm, ich war mich so ein Sprung tötet. So, jetzt sind wir da. Müsste ja gleich ein übelstes Acker-Match kommen, oder? Ah, Nophorn. Das ist Nophorn. Das stört Rico nicht am geringsten. Aha. Ja, moin. Aus dem Nix. Der Endboss. Wer kennt ihn? Dodongo. Aus der Dodongo-Höhle. Eins zu eins sieht er so aus. Haben wir Bomben? Um in sein Maul zu werfen? Ich hoffe echt, man kann später noch die Klassen wechseln, weil ich habe gar keinen Bock auf den Typ mit dem Lunge-Swert. Vorsicht. Ja gut, ich, äh, ich pass auf. Was hat der denn da hinten am Schwanz? So ein geiles Design-Element, der benutzt es gar nicht. Extremschlag. Ach, das ist Ohnmacht. Fuck. Seitangriff schwanken. Ah, von der Seite und dann schwankt der. Aha. Ich verstehe es langsam. Umwerfen. Ohnmacht. Ich verstehe es langsam, Leute. Komm, umwerfen, umwerfen. Hilf ihn jemand um. Keiner da zum Umwerfen. Ach, jetzt geht der wieder auf mich und ich bin wieder fast tot. Weil unsere Magierin tot ist. Verstehe ich wieder nicht. Verstehe ich wieder nicht. Oh, sie hat ihn als er lobt drin, weil er verreckt ist. Also, es wird nächstes Monat sein. Ja, nur ein bisschen länger. Du bist etwas anderes, Moamba. Die Freude von Colony 9. Oh, ihr Leute. Ich habe es endlich so weit gemacht. Wurden gerade die Schrecken von Mario Kart DLC announced, Leute? Kann das mal jemand checken, ob Welle 2 announced wurde? Übrigens, jeder, der gerade dabei ist, gerne ein Like und ein Follow da lassen. Würde mich extrem freuen, Leute. Mamba, wir schreiben so gut wie jeden Tag. Und Xenoblade spielen wir auf jeden Fall durch. Haha, well, you don't mince words. You are right, though. Sorry, Noah. Huh? Oh, no, it's not that. I guess I was just thinking about your homecoming. Made me feel a little sad. Noah. Mamba, salvage is an important service. Don't feel like you owe us anything. Thank you so much, Noah. Right then. Let's get this operation done. Next month's a homecoming. Booying. What is that dog? I'd love to make it to my homecoming. Maybe if I'm lucky. Aber Alex. Of course you'll make it. We all will. I wonder. I mean, I'm not like you guys. I'm so clumsy. Come on. You're not. What about the last match? You did way better than everyone else. We still lost though, right? It's okay. I've sort of half given up already. Joran? Well, at least... When I die, I want to at least be of some use. Enough of that! What? Don't talk like that! I've always told you we're a team. Haven't I? That means now and always. That's the thickest though again. But that's the only green hair. Or that's the other one. Yeah, there. There he is again. Huh? I don't understand. Noah? Huh? I'm gonna go on ahead. We got a call. Martha's team has a spot for you, apparently. Ah. Right. Do me a favor. Come along with me. To the office. When you apply. Got it. The commander can be intense. Exactly. Later! What? Stufe hoch. Stufe 7. Oh, da folgt uns ein Shiny. Das holen wir uns direkt mal. Shiny. Oh, ne. Aber gegen 2 will ich nicht. Machen wir erstmal den hier für dich. Zwergholz. Oh, jetzt haben wir doch 2 am Arsch. Da. Da kommt's mir erst mal den hier für dich. Zwergholz. Na mit Pau. Nothing. So, bei dem werden wir jetzt hier an der Seite schwanken machen, zack, zack umwerfen und dann Ohnmacht. 1600, so läuft das nämlich. Ich habe es begriffen. Ich habe die Taktik begriffen nach über zwei Stunden. Aha. Aha. Oh, ist da wieder ein Wegweiser Ding? Ne, irgendwas anderes. Keine Ahnung. So sieht es aus. Lampenfieber. Ja, moin. Klar. Verbringen an Grind. Ist so. Diese ganzen Shinies die ganze Zeit fahren. Das macht so. Hier kannst du mit Bonus-EP Stufen steigern, speichern und mehr. Aha. Du kannst auch die Schnallreise nutzen, um direkt zu einem bisher gefundenen Rastplatz zu reisen. Die Anzahl an Handlungen, die an einem Rastpunkt durchgeführt werden können, nimmt im Verlauf des Spiels zu. Alter, ich glaube, das Spiel ist riesig, oder? Normalerweise steigerst du nach Kämpfen durch EP auf, aber wenn du an Rastpunkt Stufen steigern wählst, kannst du die Stufe mit Bonus-EP noch weiter steigern. Geil. Okay, das machen wir mal. Vorhutlager. Ja, besser machen wir sicher, dass wir gut restet sind. Ah, man kann alle steigern. Ah, man hat allgemein Bonus-EP. Okay. Okay, verstehe. Weiß zwar nicht, wo die herkommen, aber gut. 1.200 Leben. Ne, gute alte Tank. Aber wieso? Also ich habe drei im Team. Aber wer ist immer dieser vierte? Mbapp war oder wie der heißt. Mbamba. Den konnte ich jetzt gar nicht leveln. Den kann ich auch irgendwie keine anderen Items geben. Bin ich ein Dreierteam oder bin ich ein Viererteam? Verstehe das nicht. Oder weil er gerade nicht im Team ist? Ah, bestimmt, weil er gerade nicht im Team ist. Oder wenn er gerade nicht im Team ist. Ah, besser nicht. Ätsmer gehen. Oder wenn er wirklich keine anderen Seite aufhält. Und da warst du auch nicht. Ja. Oh, nein, das ist ja. Sonsten. Buzig. Ich habe gar nicht gesehen, was ich bei Ihnen noch machen kann. Fehlsteigern, speichern, das machen wir mal. Ah, guck mal, er macht auch Auto. Okay, dann ist es egal. Kleidung waschen. Ha, da wir gehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass es dreckig war. Haha, wie er da liegt. Äh, okay, gut. Dann geht's weiter. Das ist etwas decente, nicht wahr? Es sollte wirklich hier sein, dass ich nichts sehen kann. Da cut sie in time. Agni und Truppen. Seriously? Sie sind noch weit entfernt. Sie haben uns nicht gesehen. Gehen wir? Wir haben keine Verpflichtung, um zu engagieren. Das nur was, was wir auf uns fokussieren müssen, ist unser Ziel. Ah, was ich? vielleicht sollte ich jetzt das ding nehmen womit ich mehr schade an maschinen mache oder das könnte doch sinn machen kommen doch bestimmt jetzt nur maschinen und talente könnte ich auch und techniken könnte ich doch auch mal kurz gucken ich habe das jetzt hier das hier war ja schwanken ich hoffe leider nichts anderes mehr ok weiter da hinten werden shinies aber das sind voll viele gegner ich brauche auch so ein auge ich glaube das mit dem maschinen talisman war keine schlechte idee was sind das tage ich habe es wieder nicht mitbekommen unser target ja dann sagt ja was das tage ist ich habe nicht mitbekommen was das tage ist leute was das tage ich bin ich bin ja schon tot wenn ich die nur angucke das kann man nicht sein ich habe etwas für dich danke extra die 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 Nee, geh mal erst mal hier aufgehen. Ich behalte mir den Extremschlag für den Großen da auf. Okay, wir sind weg. Von hinten dehnen. Und von der Seite das Schwanken. Zack. Umwerfen. Ohnmacht und jetzt kommt der. Bam. Ich hab's drauf, Leute. Ich hab's so langsam drauf. Hab's verstanden. Easy. Easy. BAM! So einfach geht das! Multi Heal! Wenn ich nur diese Flügel im Kopf hätte! Ja! Da kommt die Best Girl! Tödlicher Klippenpfad! War schon wieder ein Kampf! Von einem Kampf zum nächsten Kampf! Kann ihr nicht mal durchschnaufen! Noppernmünze! Ganz klar! Könnt ihr bitte immer Angst auf euer Feuer konzentrieren! Was ist da jetzt so ne Kette? Ja! 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 Oh ne Rüstung! Oder so! Werkzeuggurt schon wieder! Ich hab' ich gar keinen Bock hier weg! Moi Medas! Äh! Also soweit ich das beurteilen kann ja! Würde ich sagen! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich werde mich selbst beurteilen! Oh! Oh! Wir haben Zeit! Ayrslack! Gang ab! Ich hab' ich gedacht, wir könnten das evtlern. Also äh... Wann ist die Bälle passiert? Rätselbaumholz und Glühstecker! Morgen! Ja, morgen ist ja auch noch ein Tag! Was sind diese Dinge? Es gibt keine Piloten! Es gibt Automatons! Morgen, wie ich das schon durch hab! Hehehe! So sieht's aus! So und nicht anders! Zum Glück habe ich den Werkzeug gebürtelt drin! Ich bin aber jetzt auch einfach ein cleveres Kerlchen, ne? Muss man auch einfach mal so sagen! Schwanken! Hau den um! Ach ihr seid wieder nicht aufsteig! Ich hasse das! Ohnmacht! Gibt's? Die japanische Voice? Ja, gibt es! Ist die besser, die japanische Voice? Ohne Story und Kämpfe sein! Hehehe! Ach, übertreibt doch nicht! Schwanken! Komm! Wirf ihn um! Sehr schön! Bam! 2600! Let's go! Geil! Lass doch mal! Wieso? Wieso gibt's hier keine Shinies? Ich hätte gerne nochmal einen Shiny! Wieso gibt's hier keine Shinies? Ich hätte gerne nochmal einen Shiny! Wieso? Das ist es! Wieso? 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 Wenn du dir nicht losst! Wieso? Ich geh doch nicht los. Ich treffe dich! Wieso? Zu. 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 Seine Hand ist einfach so groß wie sein ganzer Körper. Da ist es, die Äther-Sauce. Erst da waren die Automatons, jetzt eine andere Unbekanung. Was in den Flamen? Wir sind sogar noch nicht so großartig? Nein, nicht nur uns. Agnes auch. Das wird bestimmt ein Endboss. Noah, look! Ist das ein Mann? Er ist kein Agnian-Soldier. Was ist er? Was er kontrolliert die Automatons, Baby? Was ist er? Oha! Gegen wen gehen wir als ernstes? Wenn der Magier ist, dann auf jeden Fall auf den Magier, ne? Oder vielleicht den mit diesem komischen Origami. Die hat mir jetzt schon auf den Sack. Origami, der ist es. Den machen wir als erstes weg. Den Origami-Typen. Und jetzt den Angriff konzentrieren. Bam! Recht umgeroffen. Schwanken. Hau den um. Schön. Schön, Oma. Recht hier oben. Ja, konzentrieren. Recht nochmal Spunk. Der ist ein Highlight. Komm, haut hier oben, dann hau ich nochmal Ding-Punkt rein. Ja! 3K! Hau rein. Das war's. Ja, weird klingt's nicht, aber es ist halt britisch, ne? Komm, bricht hier oben, ja. Bam! 2.415. Langsam mach ich die Combo raus. Ich muss sagen, solange ich halt warte auf meine Attacken, ich mach grad nix, ne? Ich mach halt gar nix. Ist dann halt auch, ist es, also es kann, System ist bislang noch nicht so ganz geil. Also das mit dem Timing, ähm, lädt die A-Attacke auf. Die sind super, diese Super-Attacke. Das Timing mach ich ja die ganze Zeit. Siehst du immer, wie dieser Blitz kommt, dieser Beiße. 80 Stunden! Diese Kinder werden sich endet, um unseres Lebensformen zu stehlen. Und ich? Ich habe sie sogar von dieser Kindheit verholt. Wie ist die championship? Ich bin jetzt so gut, ich bin jetzt nicht da. Ich bin jetzt nicht da. Ich bin dein Ziel. Ich bin dein Ziel. Gop! Es gibt keinen Weg. Wenn meine Mondo dich hat, werden sie dich zu den Enden der Welt folgen. Scheiße das! Warum nicht du... Wie hat sie meine Mondo geflogen? Verrückt! Versuch, das zu folgen! Die Leute sind schwer. Ich liebe es zu sagen, aber ich glaube, dass du richtig bist. Das sind keine Gruntz. Das Gerät? Special Forces? Ja, Defo. Das ist das, was sie mit ihnen haben. Also sind wir. Auch Stevens, richtig? Wie kann sie so schnell reagieren? Es scheint nicht zu sehen, dass du sie aufhörst. Guck mal, die hat auch keine Flügel als Ohren, sondern Ohren. So, Katzenohren-Dinger. Mew Best Girl. Sie ist so schnell. Und zwar, ihre Bewegungen sind sehr einfach. Es ist fast... wie sie einen Rhythm haben. Ah! Agne und Obscene. Ich weiß, wie das geht. 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... Er ist noch nicht auf mich. 1... 2... 3... 4... 1... 2... Er ist noch nicht auf mich. Er hat mich! Warum du? 4... 4... 4... 4... 5... Ein von uns wird getötet. Nein. Vielleicht wird es beide. Einmal etwas strange ist. Wir sollten nicht so kämpfen. Wir sollten gehen. Run! Was ist es mir, die gesagt hat? Was ist das? Es gibt keine Zeit, um zu denken. Ich muss mich auf meine Gute glauben. Das ist alles zu real. Ich hoffe, dass ich das zu können. Geh durch mit ihr. Du bist ein Oxyer von Agnes, richtig? Was? Du bist dann? Warum schlägst du mich? Es ist wie du sprachst. Du bist diejenigen, die uns attackieren. Was? Too scared zu kämpfen? Too late! Das ist nicht mit Angst. Das ist das Geräusch. Du kannst es auch hören. Ich weiß, du kannst. Du bist ein Oxyer von Agnes. Wir kämpfen, weil es sind diejenigen zu töten. Du denkst, dass wir uns aber nicht wiederholfen haben. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber das ist... Ist das alles was du sagst Agnes? Ich sage dir! Enough! Ich sage dir, dass du es voll bist! Du musst wirklich töten, oder? Ja, aber sie ist so schnell! Wenn ich den Fokus für einen Moment bin, dann bin ich fertig. Diese Kvessi Offseers... Ich dachte, sie wären nur window-dressing. Aber er ist anders. Und da ist seine Waffe. Was ist das? Huh? Was ist das? Oh, ich sehe. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier bin, oder? Ich denke, das ist das, was sie Fade nennen. Okay, dann. Zeit für Guernica Van Damme. Um eine Entrance zu machen. Was... Was glaubst du alle, was du machst? Warum das Kampf? Was dieser Mann sagt? Was dieser Mann sagt? Nur warum? Antwort auf mich! Was meinst du, warum? Wenn ich einen Krieg sehe, dann käse ich! Also nicht... Interfere! Ja! Pull the wool from your eyes, kid. Think about your real target. That thing! And me! Now, you just have your little scrap. Do you have any idea who the real enemy is? It's over! Now, is that all you need to fight? Truly? That's all? Of course. Countless comrades have lost their lives, thanks to this filth. Oh, really, now? I could say the exact same thing. What do you think it's like for us? Losing friend after friend? You steal everything from us! You think we're even just because both sides do some killing? What good's filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost! That's why! We aren't fighting because we want to. We're not. We can see our lives written before our eyes. Fighting is all we have. Is it any wonder we lose loved ones? Or have to take them from others? All of us. We have to fight so we can go on living. Just who decided that this was how it should be? If I knew who they were or where, I'd... I know who they are. You'll what? You're an officer, eh? I guess I can trust you with this. You better listen up now. Because the face of your real enemy is... Ohhhh. Ohhhh. Checked gar nix more, Leute. Muamba? No. der sieht krass aus einer von denen ist mio der von denen ist mio was denn ringo ok Das ist kein normaler Kreatur. Es ist etwas anderes. Oi, oi! Don't go stop it on my account! Get back to killing each other! Komm on! Ich dachte, das war deine ganze raison d'etre. Es ist... Mobius. What's wrong? Too worried about your buddies to fight. Can't have that. All right. You scum! Oh, wow. This is some entertainment. Two rival factions murdering each other over one little rock. Well, your objective is staring you in the face. Try and take it. Of course. You can be back to sleep and live with you. Don't you just love it? Don't you want to savour it? A sweet taste of a life cut shoot. You mother! Lanz! Uni! You killed Hacked! Mimi! Spock! Meine Katze ist Mimi. Blut! Das erste Mal Blut. Bloods. Wiß! Cs... Darn. Los! Darn. Lanz! Darn! 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 das stimmt das der end aus Leave him alone. Let him go! Don't get on your high horse. You're nothing more than a grunt. Noah! You've got a real death wish. Maybe I'll take care of you first. Ha ha ha! So, schön von der Seite. Und schwanken. Schön. Schön. Auf dem Boden mit dir. Schön! Beim nächsten Mal auf dem Boden ist mein Extremschlag fertig. Hoffentlich. Hoffentlich. Bam! Hat's nicht geklappt? Hat's nicht geklappt? Warte lieber, ne? Moin, Eggliss. Moin, Eggliss. Grüß dich. So, jetzt auch von der Seite und schwanken. Schwank! Schwank! Egal, Scheißhau. Es rückt dich. Verfehlt! Ich bin sauer. Wenn Lance gleich tot ist, geht er auf mich, dann bin ich im Arsch. Danke für den Follower, mein Bester. Viel Spaß bei den Follower Emotes. Ich wusste, dass der jetzt auf mich geht. So eine Scheiß. Heil Lance. Heil ihn. Sehr schön. Jetzt heil ihn nochmal am besten. Und heil mich! Bin tot. Oh, da ist ein Heilring. Ah, die Heilung hätte ich auch gern gehabt. Gute Heilung. Bleib mal hier, dann heilt mich das die ganze Zeit, ne? Regeneration. 86. Heilung vorbei. Und jetzt ist Juni tot. Die haben verkackt. Schwanken kann er bestimmt gar nicht. Kann das sein? Er ist gleich tot. Noch einmal von hinten. Gott sei Dank, ey. Ne, man kann auch nicht frei wechseln, leider. Bele, du kommst genau zur richtigen Zeit, zur nächsten Cut ziehen. Er hat ein Loch im Bauch, ne? Der lebt immer noch. aus dem Plan. Und jetzt ist es bei nur noch. Ne? Ja. Und dann. Und dann. Das ist halt zäh. Was ist da drin? Was ist daraus? Es sieht aus, wie es nicht alles für nichts war. Oh nein, Mio. Warte, um zu beginnen. Zwei für was? Es ist noch nicht vorbei! Ich check gar nichts mehr, Leute. Ich check wirklich gar nichts mehr. Ich bin ausgestiegen. Aber gut, wenn die Story 50 Stunden geht und ich grad mal in Story 3 bin, ist klar, dass ich nichts verstehe. Stopp schreien, Land. Es wird nichts verändern. Dieb und Brainfuck, ist so. Oha, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Oha! Hold on. Are we? Du hast doch die Hälfte nicht mitbekommen, als du essen warst. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Bin ich das? Was? Power Rangers? Ja, Mann. Ich bin ein Außerwählter wie ein Power Ranger. Ich bin ein und ich. Ja, egal. Das, was du in der Form hast, in der du einfach nur in, ist das Korn. Sie sind digitiert. Ja, Mann. Ich und Mobius. Wir sehen uns ein bisschen zusammen, oder? Wenn Kallus und Agnus zusammen in Unität kommen, sind wir praktisch einen Schritt entfernt von einem anderen Level als uns. Also, wo wollen wir ihn sein? Ah, du würdest dich auf deinem Gesicht legen. Das fühlt sich so, dass du so hässlich bist. Nach dem Intro ausgestiegen bist du. Keine weiteren Fragen? Dann machen wir den, fertig. Mama und Mew, tatsächlich. Bam! Drachenschon, Fläche, Angriff runter. Alter, voll der... Schwanken, let's go. Wir sind Stufe 0. Schau mal, ich muss auch nicht warten, bis die Attacken wieder ready sind. Mach mal das hier. Ja moin, er holt sein, äh... Surfbrett raus. Ich bin halt auch 0 in Gefahr, ne? Oben links steht Gefahr. Gefahr kenn ich gar nicht. Ich soll nur Fight und Cut ziehen. Hol dein Surfbrett raus, genau. Schön. Chillig. In Mew stecken. Hier ist ein Loch im Bauch. Diese heiße Königin. Das ist das einzige, was bei Belia stecken geblieben ist im Top. Ich bin gut. Diese weiße Königin. Well, wie ein schwerer. Ah! Schnellig! Wir sagen, dass ich hier verloren habe, ja? Wer mit ihr spricht? Ich habe keine Ahnung. Aber... Ich habe mir keine Ahnung, ich gebe es gar nicht. Ich habe es gar nicht, was du nicht. Ich meine, dass ich flach, wenn es nicht schwer ist. Es gibt viele Leute. Jetzt fliegt er nach 8 Das ist doch Saurons Auge Das ist Saurons Auge Ich bin komplett ausgestiegen Ich weiß überhaupt gar nicht was hier passiert 2 Stunden Stream Ne ich muss noch arbeiten Aha wieder auseinander Ab jetzt beginnt die Story aus Aber wieso ist Mio dein Waifu verstehe ich nicht Was ist passiert? Ich weiß nicht Halt es da Das ist das Ihr Leute Schrauben eure Weben Du bist nicht... du bist jetzt nicht Enem. Wir sind nicht? Dann... Danke. His skin's all wrinkled. Yeah. It's cool getting old. This? Old? Well... Must be your first time, huh? Seeing a human, like me, I mean... Well then. Looks like my plan was a success. What plan? You six. You're now Ouroboros. Check the flame clocks in your irises. Do they look different to you? Huh? Huh? Now you mention it? Our flame clocks have changed shape. You said... That's the Ouroboros ring. Guess I did good. In trusting this power to you. That mark there. Late tenth term, eh? Three months left. Till your homecoming. That about right? Hmm. As for the rest of you. You're probably about two years off, right? Uh... Me. I've been alive 60 years. Or should I say 60 terms by your counting? Yeah. I've been alive six times longer than you lot. This is how people are really meant to be. Listen, folks. That's not all. There's still something else that needs to be done. You guys. You want to survive? Live on. Hold the torch. You guys got to fight each other. Not anymore. But... That doesn't mean you get to relax. From this moment on... Those Mobius bastards are never gonna leave you alone. Because now, kids... You share a common destiny. They'll hunt you constantly. Relentlessly without rest. Even so... There's one place that might give you a chance. Sword march. The land pierced by a great sword. You gotta find our hope. Our city. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. And reclaim what was lost. My world and alive... Should be... And listen. Don't give up. Ten years. Your kids deserve better. The only thing that can change on this... Is your core of Boris. Your kids. And you alone. Oh. Das fängt nach zwei Stunden erst an. Oh. Krankes Game. Hol sie ihre Flöte raus. Ja, Mom. Hey. Ist sie? Ja. Ein Agnian Officer. Ja. Ja, ich give... Achso. Jetzt schemos jetzt. Ja. Se het flotvas. Ja. 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 Ich will la的 neus meer. Spiel vorbei. Durchgespielt. Ist jetzt vorbei. Das war's. Ist ja alles schön und gut, ne? Aber ich versteh gar nichts. Zwei Stunden geht noch, ehrlich gesagt. Moin Kakti. Jetzt gibt es 5-4-Shoot-Katzchen und fertig. Verstehst du das erste am Ende? Boah, ich bin echt gespannt, krass. Man muss aber am Ball bleiben, ne? Hier kann man noch gar nichts verstehen. Hast du die letzten zwei Spiele schon gespielt? Nope. Gar nichts gespielt. To send on the voices of the departed is an offseer's purpose. Right. We're leaving. Noah. Uni. What's up? The mission's over. We've got an obligation. Need to report the sitch. As do we. Time to withdraw. Mio. Senna. Huh? But... What? Come on, Tayon. Don't be rude. It's hardly the time for pleasantries. We lost a great many of our comrades. We have to inform those still in the colony. And we're any different? If you snuffheads hadn't come charging in. Indeed? Well, why don't we settle this here? Right now? Wow. Yeah? Bring it. I reckon I could go for some Payback. Land. Yeah? That's enough. What do you mean? There's no point. Seriously? Before, when she and I transformed, I felt her thoughts. Or maybe her memories. There were so many. And then they were a part of me. There were so many different fragments. Hard to tell them apart. But even then, I understood. She's... She's lost a lot fighting us. Keves took away so much. She's experienced a lot of grief. Transformed? You mean, the big one? Yeah. I felt it as well. Your grief. It was like mine. Yeah, well... And in one of those memories... Mio. There's something that could be our fault. That's what it's like. In war, I suppose. Hmm. So, what is planned from here? Some kind enough to show face. But we'll hide again if this drag on. True! True! Time is wasting itself! You're right. Let's go. A lot's happened, but that seems best. You made the right decision, Lance. Sorry. For confusing things. No, don't worry about it. Mio. Shall we leave it at that? Um, yeah. There you have it. I sincerely hope for your safe return. You take care too. Take care not to die in a ditch somewhere, that is. The next time we meet, it will be as enemies. Don't forget that. Ha! Don't worry. I have a good memory. Hm. There could be our best buddies. 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 Find I doof. I would like to play the Mio there instead of the dumb Kopf there. With a big sword. There could be our best buddies. Oh, baby. It's the enemy. The enemy is approaching. Our sworn enemy. Oha, wer ist das? Oha, keine Katze mehr. Thanos verschwunden, Nabuda. Wieso spricht dieser Nopon so ein bisschen wie Yoda? Oha, keine Katze mehr. Oha, keine Katze mehr. Oha, keine Katze mehr. Du steuerst jetzt Juni. Ihr benimmt die Heiler-Roll. Ihre Klasse ist Heilschütze. Heiler spielen eine extrem wichtige Rolle, da sie KP-Wiederherstellung und kaum von fähigen Mitgliedstaaten wiederbeleben können. Der Einsatz von Techniken, die Kraftfelder auf dem Schlagfeld platzieren, lässt dein Spezialtechnik-Symbol grün aufblitzen und lädt deine Spezialtechnik enorm auf. Aktionen, die deinen Gefährten helfen, Stärkungen aufhelfen, Schwächungs-Tilgungen etc. zählen auch zu den Rollenaktionen und laden deine Spezialtechnik etwas auf. Nachdem die Gruppe die Uru-Borus-Köpfe erlangt hat, ist sie nun von den Zwängen der Flamme-Uhr befreit. Ich wusste gar nicht, dass wir irgendwelche Zwänge der Flamme-Uhr hatten, aber die, äh, oh, ups, ähm, die gefällt mir gut. Ups, ähm, ähm, ich verstehe echt nichts. Reaktion, Ohnmacht, okay, das brauchen wir. Aber ich, ich laufe einfach mal, würde ich sagen, ne? Kann ich nicht einfach die Karte machen und dahin teleportieren? Fragezeichen, Fragezeichen, Missionsereignis und da muss ich hin. Kann ich doch einfach hierhin powerten, oder? Oder soll ich erst die Fragezeichen machen? Erst Fragezeichen oder erst hier Zielort? Vielleicht liegen die Früge auch an der Klasse? Keine Ahnung. Warum sind die Frauen nochmal Heilerinnen? Zuerst die Lupe ist auf dem Weg. Ah, Lupe. Interaktion, okay. Dankeschön. Du wolltest Sprache umstellen. Gut aufgepasst. System. Oh. Ups. Was kann das? Verbrauchseitems, Ausrüstung, Kleidung? Alter, das brauche ich. Kann ich das jetzt schon kaufen? Oh, die Folge. Wir haben voll überzogen. Leute, lasst ein Like auf dem Video und gerne einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschönen. Musik. Tempo. Daーん, vale.